Kabelverschraubung ist nicht gleich Kabelverschraubung. Das wird besonders im Outdoor-Einsatz deutlich. Hitze und Kälte, Regen und vor allen Dingen starke Sonneneinstrahlung. Das alles ist für Kunststoffe eine echte Herausforderung. Kein Problem jedoch für die Kabelverschraubung HSKK. Sie ist UV-Lichtbeständig und damit bestens für den Outdoor-Einsatz geeignet. Der Kunststoff enthält spezielle Zusätze, die ihn widerstandsfähig machen. Ein wichtiger Tipp, UV-beständige Kunststoffverschraubung erkennt man an der ULF1-Zertifizierung. Nur Produkte, die diesen Standard erfüllen, sind für den Einsatz im Freien geeignet.